Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 28. Mai 1922. Heute vor 100 Jahren wurde die erste internationale Kunstausstellung in Düsseldorf eröffnet. Ein Beitrag von Jochen Stöckmann. Ein schmaler Katalog aus holzhaltigem Papier, zwischen zwei roten Balken in auftrumpfenden Blockbuchstaben der Titel Erste internationale Kunstausstellung Düsseldorf, 28. Mai bis 3. Juli 1922. Das expressionistische Signet, der Holzschnitt einer Friedenstaube, markiert vier Jahre nach Ende des Weltkriegs politische Haltung und künstlerische Absicht. Das sind Leute gewesen, die sich mit der unmittelbaren Vergangenheit dieser verbrecherischen Kriegsgräuel in den Schützengräben und anderswo auseinandergesetzt haben. Ulrich Krempel denkt vor allem an Gerd Heinrich Wollheim, Mitbegründer des Jungen Rheinland. Der Kunsthistoriker hat recherchiert, wie es dieser Gruppe gelingen konnte, mehr als 300 Künstler aus 19 Ländern nach Düsseldorf zu holen. Dafür brauchte es 1922 ein Multitalent. Wollheim ist ein dreistes Gemisch von Ernst, Langeweile, Malerei, Vagabundentum, guter Herkunft Dresden, Berlin, Düsseldorf. Man wird böse auf ihn, wenn man eine hochgestellte Persönlichkeit ist. In seiner Selbstauskunft deutet Wollheim ironisch an, dass ihm die Honorationen Hürden in den Weg legten. Denn ein Treffen der internationalen Avantgarde, das riecht nach ästhetischem Umsturz. In der Kulturpolitik der Stadt gab es natürlich einen besonderen Schwerpunkt so im konservativ Bewahrenden und mit der Unterstützung der üblichen bierbäuchigen Kunstausstellungen usw. Üblich ist seit 1902 die jährliche große Kunstausstellung, subventioniert mit 300.000 Mark. Der Neuen, der internationalen Künstlerschau dagegen, verweigert Düsseldorf den beantragten Zuschuss von 50.000 Mark. Ohne Rücksicht darauf, dass im jungen Rheinland mehr als nur eine Kunstrichtung vertreten ist. Da gab es zum Beispiel Arthur Kaufmann, ganz guter Porträtist. Also das war der erste Vorsitzende. Uczarski war der zweite Vorsitzende. Schatzmeister war Walter Oppay. Ein wirklich schon älterer Herr, der sehr, sehr schöne, impressionistische, inspirierte Bilder da gemacht hat. Adolf Uczarski nutzt als Werbegrafiker seine guten Kontakte zur Warenhauskette Tietz. Die stellt ihre Düsseldorfer Filiale zur Verfügung. Die Stadt Düsseldorf und die Region hatten sich geweigert, diese jungen Künstler, die so aufs Internationale zielten, also auf vermutlich revolutionäre Umtriebe aller Art, zu unterstützen. Und insofern war das Kaufhaus Tietz die Rettung für die Idee dieser Ausstellung. Nicht nur der Ausstellungsort ist ungewöhnlich, auch das Motto Künstler aller Länder vereinigt euch. Zur Berliner Novembergruppe, der Darmstädter und der Dresdner Sezession gesellen sich italienische Futuristen und russische Konstruktivisten. Beim gemeinsamen Auftritt internationaler Künstler sollen die Schlagbäume fallen, zumindest in den Köpfen. Da sind interessanterweise Menschen dabei, die nicht aus irgendwelchen Nationen stammen, sondern wie Jankel Adler, Vertretung ostjüdischer Künstler. Da geht es um Identitäten. Im Katalog allerdings wird weiterhin nach Staatsgrenzen getrennt. Jankel Adler ist unter Polen aufgelistet. Künstler länderübergreifend unter einen Hut zu bringen, das gelingt nicht einmal dem zeitgleich einberufenen Ersten Kongress der Union internationaler fortschrittlicher Künstler. Einem bürokratischen Satzungsentwurf mit fast 150 Paragrafen mag kaum jemand zustimmen. Die Weltbühne resümiert sarkastisch. Endlich einigt man sich, dass der Kongress im Grunde doch zu nichts anderem da ist, als an allen hübschen Orten der Welt kleine Geschäftsstellen zu errichten, damit man Ansichtspostkarten austauschen kann. Auch die erste internationale Kunstausstellung bleibt ein erfolgloser Versuch. Der Katalog von 1922 aber erweist sich als Flaschenpost. Kunstwerke, verschollen oder von den Nazis als entartet vernichtet, sind ein einziges, ein letztes Mal abgebildet. Künstler, heute vergessen, bekommen einen Namen. Jefim Golishev zum Beispiel, geboren in Kherson in der Ukraine, in Berlin als Musiker und Maler-Mitbegründer der Dada-Gruppe, in Paris nach 1933 im Widerstand, in Sao Paulo, Vorbild junger Künstler mit zwölf Tonkompositionen. Untertitelung des ZDF,